Die Robert Bosch GmbH ist ein schwäbisches Unternehmen. Ganz klar, wir sind bekannt als Automobilzulieferer, da sind wir auch sehr, sehr groß. Aber wir sind auch in der Industrietechnik unterwegs, in der Gebrauchsgüter- und Gebäudetechnik. Und wenn man sich die einzelnen Produkte wirklich mal in der Reihe nach anschaut, dann gibt es wirklich vom Haarföhn morgens, den ich irgendwie benutze, dann logischerweise, was ich im Auto habe. Wenn ich irgendwo in der Art und Weise Strom erzeugen möchte, ob das jetzt die Solarpanels sind oder was auch immer, dann sind wir in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs. Ich habe an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieur gewesen, studiert mit dem Schwerpunkt Maschinenbau und habe über einen Kommilitonen erfahren, dass er bereits an diesem Junior-Managers-Programm teilnimmt, sodass ich eigentlich im Anschluss mir auf der Homepage das Ganze angeschaut hatte und ebenfalls sehr begeistert war von den Inhalten und von den Möglichkeiten, die dieses Programm bietet. Ich habe also Maschinenbau in Aachen studiert mit Schwerpunkt Regelungstechnik. Mich hat zum einen das Fachliche interessiert, aber auf der anderen Seite auch immer diese Frage, die sich dann stellt, Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Und diese Kombination aus beidem, das wurde mir eigentlich egal, wie man fragte, immer nur der Bosch-Konzern genannt. Und es hat hundertprozentig gepasst und das war ein 1 zu 1 Einstieg, wo ich sehr gut meine Vorkenntnisse nutzen konnte und wo ich auch gleichzeitig eben wirklich in einem sehr interessanten, breit gefächerten Konzern war. Nachdem ich mich also entschlossen hatte, mich bei Bosch und auch für das Junior-Managers-Programm zu bewerben, habe ich mich online beworben. Ich habe dort ein Tool vorgefunden, in dem ich nochmal die Möglichkeit habe, auch zu sagen, warum ich das gerne machen möchte. Ich habe die Möglichkeit, meinen Lebenslauf hochzuladen und auch meine Zeugnisse. Wen wir bei uns in der Firma suchen, sind hauptsächlich Ingenieure und Naturwissenschaftler, Informatiker, Wirtschaftsingenieure. Das ist schon der Hauptfokus, wobei wir natürlich, das Unternehmen ist groß. Wir haben weltweit über 300.000 Mitarbeiter und allein in Deutschland 119.000. Da werden natürlich auch andere Fachrichtungen gesucht, aber der Fokus liegt natürlich auf den Ingenieur- und Naturwissenschaften. Menschlich suchen wir jemanden, der natürlich auch in der Art und Weise zu uns passt, wie wir so als Boschler ticken. Die Werte, die für uns ganz wichtig sind in Bezug auf die Nachhaltigkeit, ist natürlich auch etwas, was wir im Umgang miteinander pflegen. Offenheiten, Fairness, das sind alles Themen, die ich persönlich hier selber lebe, die ich aber auch wirklich durch meine Arbeit hier tagtäglich über die Kollegen auch im Umgang miteinander mitbekomme. Bosch ist aus meiner Sicht ein toller Arbeitgeber, bei dem es sehr viel Spaß macht zu arbeiten. Warum ist das so? Bosch ist ein Arbeitgeber, bei dem auch die Persönlichkeit eines jeden Einzelnen sehr viel zählt und auch sehr häufig im Vordergrund steht. Um, wenn wir dieutable, weil wir hier auf junge Was haben einen neuen Einzelnen sehr viel zählt, weil wir uns hier nicht nur mit einem Planer und Ausbildung schüpfchen, wo wir uns hier in den Marken gibt, wo wir uns hier in den Marken verarbeiten.